Die neuen Notebooks der Acer Aspire V5-Serie setzen neue Maßstäbe in puncto Leichtigkeit und Handling. Dank des intelligenten Wärme- und Energiemanagements bietet die Acer Aspire V5-Serie viel Komfort und ausdauernde Mobilität. Die aktuelle Generation der Intel Pentium, Core i3 und Core i5-Prozessoren entfaltet zusammen mit der optionalen Nvidia GeForce GT 620M-Grafik eine exzellente Leistung für souveränes Multitasking, aufregende Multimedia- und Gaming-Unterhaltung sowie anspruchsvolle Media-Bearbeitung. Das intelligente Energiekonzept sorgt für eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden und einen leisen Betrieb mit verringerter Wärmeentwicklung. Die neue Acer Aspire V5-Serie setzt den Trend zu immer leichteren Notebooks fort, die im Vergleich zu einem herkömmlichen Gerät um bis zu 30% schlanker sind. Durch das geringe Gewicht von nur 2,3 kg und die superflache Bauweise mit weniger als 23 mm erfüllen die Acer Aspire V5-Notebooks die Erwartung der Nutzer an Mobilität in besonderem Maße. Erhältlich in drei unterschiedlichen Größen mit 11,6 Zoll, 14 Zoll und 15,6 Zoll garantieren sie absolute Individualität durch die besonderen Farben Air Blue, Misty Silver, Hazy Purple und Matte Black. Hervorragende Ergonomie ist durch die Acer Chiclet-Tastatur gewährleistet, während das große Touchpad mit integrierten Tasten für eine bequeme und zügige Navigation durch Dateien oder das Internet sorgt. Auf den Acer HD Cine Crystal Displays werden nicht nur Dokumente und Internetseiten, sondern auch Fotos, Videos und Casual Games mit brillanten Farben dargestellt. Eine herausragende Klangqualität für die eigene Lieblingsmusik liefert das Dolby Advanced Audio V2 Sound System. Trotz schlanker Bauweise ist ein optisches Laufwerk integriert und für rasante Datentransfers eine USB 3.0-Schnittstelle vorhanden, während mittels Bluetooth 4.0 das Notebook schnell Daten mit Tablet oder Smartphone synchronisiert. Ausgeliefert wird das Aspire V5 mit Windows 7 Home Premium 64-Bit mit Upgrade-Optionen auf Windows 8, umfangreichen Office- und Security-Paket sowie Clearfy, um schnell auf Medien von anderen Acer PCs im eigenen Netzwerk zuzugreifen. Superflach, superleicht und mit hochwertigen Komponenten. Die neue Acer Aspire V5 Serie beeindruckt durch überzeugende Performance und schicke Optik zu einem attraktiven Preis.